Willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer Generals! Überraschenderweise, Küste Kasachstan, ist bis jetzt noch nicht wirklich eine Herausforderung da gewesen für die Amerikaner. Ausbildungslager der GBA-Gottet, eliminieren sie diese Bedrohung. Die letzten zwei Missionen waren mehr oder weniger, ja, wie soll man das nett ausdrücken, Kinderkacke. Während die GBA sind, nur so Missionen haben, in denen man einfach nur Geld sammeln muss, haben die Amerikaner Missionen, wo man einfach nur Einheiten in Denkung bringen muss. Roger, Artillerie-Ziel in Sektor Peter Charlie, gehen Sie in Denkung! Abreichend Stormbringer! An alle Schiffe, Artillerie-Unterstützung für Landungsbunden verstärken! Hier ist Team 2, wir brauchen Luftunterstützung! Schnell! Team 1, Mission erfüllt! Los, los, los! Wir schützen die Batterien, freu uns hier auf die Vorkade! Einheit verloren! Und, sie werden direkt in die Action geworfen. Sniper, Tankerbomber. Wir müssen die Flak-Stellungen zerstören. Bommahock-Systeme online. Ich hab auch schon eine Idee, was das macht. Dort können wir feuern. Warum es auch immer hier zu einem seltsamen Norman-Den-Andeutungskram gab. Keine Ahnung. Errechne Raketengeschwindigkeit. Feuer frei! Warte auf Koordinaten! Warte auf Koordinaten! So, Fidda, Zogi-Bunker werden schnell beseitigt. Also, was hab ich gemacht? Tonnenweise Marines! Was soll ich damit? Okay. Bereite Abschuss vor! Wir können الذeno мен! Berechen Windgeschwindigkeit! Eines! Von dort können wir feuern! Gefechtsköpfe bereit! Flugsysteme aktiviert! Einheit verloren! Ja, soviel dazu. Erstmal den Fernbeschuss nehmen, die ganzen Gebäude da. Die aus dem Weg Marine. Flugsysteme aktiviert. Das ganze könnte ich beschleunigen, aber... muss nicht sein, man muss sich keine Hände geben. Und schon haben wir eine weitere Zoomerstelle in ihrer Arbeitsstelle erleichtert. Gefechtsköpfe bereit. Wenn man das so aussprechen kann. Genau das wollte ich nämlich damit vermeiden eigentlich. Aufhalten. Machen wir doch mal so. Zack. Zack. Ganz genau. Berechne Raketengeschwindigkeit. Berechne Windgeschwindigkeit. Gefechtsköpfe bereit. Das könnte einen kleinen Ticken gefährlich werden. Berechne Raketengeschwindigkeit. So. Eine Windgeschwindigkeit. Einheit verloren. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Wurde ich? Das freut mich doch. Einheit verloren. What the fuck? Okay. Eine feindliche Flak haben wir noch. Warte auf Koordinaten. Tomahawk-Systeme online. Raketenleitsystem klar. Warte auf Koordinaten. Tomahawk-Raketenwerfer bereit. Zeigen wir es den Kern. Ich brauche eine Drohne. So. Ich brauche eine Drohne. Warte auf Koordinaten. Jetzt unter Beschuss. Einheit verloren. Einfach draufhalten, würde ich einfach draufhalten. unsere vögel sind unterwegs das wollte ich doch und da haben wir auch endlich unsere baufahrzeuge unsere mission ist also einfach die dass wir die basis vernichten müssen ich lege das fundament ich brauche als erstes ein hauptquartier ohne hauptquartier geht eigentlich gar nichts und direkt auch schon das erste kraftwerk erst mal das gebiet säubern ich kann auf unschöne überraschung verzichten dann brauche ich etwas für infanterie mit tomahawk dürfte das eigentlich kein problem sein wenn ich da jetzt gut aufklasse hier unten haben wir noch verschiedene stellungen die wir angreifen können aber in erster linie werde ich das jetzt mal hier benutzen da kommt was auf mich zu an der abteilung bereit zu befehl wir sind die besten wir sind die besten und deswegen geponiert wird jetzt zur seite einheit verloren einheit verloren einheit verloren dann brauchen wir erstmal etwas zum geldeinsacken denn ohne monete keine basis und ohne basis keine panzer ohne panzer kein sie das ist eine lebensweisheit berechne windgeschwindigkeit da sind noch soldaten doch haben wir die am leben gelassen gut brav positiv wir greifen an voila fertig kann ja nicht sein aber muss ja noch ein bisschen die stadt sauber machen rupf akademleitsystem klar bereite abschuss vor sauber machen errechne windgeschwindigkeit noch einen davon was gibt es zu tun jetzt brauchen wir eine panzer geben wir einen besseren platz da ist da ist da ist wow oh das ist ja tomahawk raketenwerfer bereit flugsysteme aktiviert diese wunderbar große reichweite oh oh koordinaten empfangen crusaderpanzer bereit raketenleitsystem klar berechne raketengeschwindigkeit upgrade aktiviert machel sie ab endlich hör romahawk systeme online errechne windgeschwindigkeit crusaderpanzer bereit sie in stücke machen wir sie gleich machen wir sie gleich mehrer panzer alles klar zeigen wir es den kerr er hat's aber auch recht gezielt auf meiner cruise missiles bereit cruise missile wird verladen auf meine marines abgesehen die haben dem gar nichts getan und der will die trotzdem glatt machen oh ich muss auch pass dann sind die einzigen die ich hab um 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 natürlich müssen wir na natürlich wir haben wir schon mal eine ganze Menge zerstört das ist nicht schon mal was wert ah 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 crusaderpanzer bereit was hat er dann vor er will sich doch da einfach nicht von der Seite anschleichen made in US poliert und bereit weil dann werde ich schon ein bisschen uncool und dafür müsste ich ihn in den Arsch treten doch tatsächlich wir sind unterwegs feind distant Reichweite warte auf Befehle zu Bord Leute wenn du dich weißt oder dass er das ist oder der 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 Die der 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 für alles klar soll ich vorausgehen einheit verloren so läuft ich war hier unten noch mit der säuberung der stadt beschäftigt wir sind unterwegs dafür auf befehle wir haben hier ein flugsysteme aktiviert jetzt nicht mehr oh oh fliegen die geapser weg wie jetzt wenn er zu spielzeugautos wären what the hell oh dann also werden die auch mal kurz lang weggebombt und errechne raketengeschwindigkeit zusammen mit dem einheit verloren flugsysteme aktiviert gefechtsköpfe bereit verholfen sie flugsysteme aktiviert was da wo ist die rakete hin soll ich vorausgehen einheit verloren oh das hört doch mal auf hier einmal anzugreifen wir zahlen die scheiße weiter arbeiten promohoksysteme online so bombardierung die zweite mal sehen ob ihm das jetzt immer noch so gefällt mal sehen ob ihm das jetzt immer noch so gefällt paladinpanzer einsatzbereit back muss etwas repariert werden komahawk raketenwerfer bereit und das passt an und das hat gesetzt aber der turm fährt nicht irgendwo aus heute wie auch immer erfahrung zerstört zeigen wir es den kern panzerabteilung bereit ausgerechnet der komahawksysteme online egal der eine einzige mit der nicht kampfdrohne ist der beschädigte panzer bereiter abschuss vor flugsysteme aktiviert hier gibt es auch noch ein paar drauf gefechtsköpfe bereit zurückziehen ok also der lässt echt nicht locker hier kann das sein natürlich kann das sein das ist ja auch so klar aber warum rede ich mit dem ich lege das fundament werde ich jetzt etwa schon mit dem herrücken guter untergrund natürlich nicht wie komme ich denn darauf dass ich den herrücken muss etwas repariert werden das wird schon egal ähm wir sind die besten marines sind überhaupt das ist hier doch irgendwo im weg was kann oder der in nicht hat er ist mit komm, komm, komm zu WP's, jawohl, son komm, hock, Raketenwerfer bereit positiv, wir greifen an feuer kein Krieg am sie wurden alle überlaufen sie wollten ja nicht hören okay, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part erstmal werden das dürfte dann auch unser erster amerikanischer Zweifahrter sein okay, danke fürs Zuschauen ansonsten sehe ich euch im nächsten Part wieder für Command & Conquer Generals wo wir dann hoffentlich die Basis hier endgültig auseinanderschrauben aber auf die unfreundliche Art und Weise danke fürs Zuschauen bis dann, Leute